Es war einmal ein König, der sehr reich war. Er hatte vier Frauen. Am meisten liebte er seine vierte Frau, mit ihren wunderschönen Pelzmänteln, teuren Halsketten und edel im Geschmeide. Er behandelte sie wie die Höchste aller Göttinnen und gab ihr nichts als das Beste. Er liebte auch seine dritte Frau sehr und nahm sie oft mit, um mit ihr in den benachbarten Königreichen zu prahlen. Irgendwie begleitete ihn jedoch ein Unbehagen, dass sie ihn eines Tages für einen anderen verlassen könnte. Auch seine zweite Frau liebte er. Sie war seine Verbündete, selbstsicher, immer freundlich, geduldig und sehr verständnisvoll mit ihm. Wann immer er ein Problem hatte, konnte er damit zu ihr kommen und sie würde ihm zuhören und mit ihm gemeinsam durch die schwere Zeit gehen. Die erste Frau des Königs war eine sehr loyale Partnerin, die wirklich große Opfer für das Leben mit ihm, sein Wohlergehen und dem Wohlergehen seines Königreichs gebracht hatte. Wie auch immer, er liebte diese Frau nicht und schenkte ihr deshalb auch nicht besonders viel Beachtung. Eines Tages jedoch erkrankte der stolze Herrscher schwer. Er wusste, ihm blieb nicht viel Zeit bis zu seinem Tod. Er dachte nach über sein luxuriöses Leben und konstatierte, Jetzt habe ich vier Frauen an meiner Seite. Wenn ich sterbe jedoch, werde ich ganz allein sein. Also fragte er seine vierte Frau, Ich habe dich von allen am meisten geliebt. Ich habe dir alle Wünsche erfüllt und dich mit den edelsten Juwelen und prunkvollsten Kleidern beschenkt. Ich habe immer Acht gegeben auf dich. Wirst du, jetzt wo ich sterben muss, mit mir kommen, um mir im Tode Gesellschaft zu leisten? No way! antwortete die vierte Frau und ging fort, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Diese Reaktion stach ihn wie ein scharfes Schwert mitten ins Herz. Und so fragte der traurige König seine dritte Frau, Ich habe dich mein ganzes Leben geliebt. Wirst du, jetzt, da ich dahin scheide, bereit sein, mit mir zu kommen, um mir im Tode Gesellschaft zu leisten? Nein, sagte die dritte Frau. Das Leben ist einfach zu schön. Wenn du tot bist, suche ich mir einen neuen Ehemann. Sein Herz wurde hart und fühlte sich an wie ein Stein, der auf den kalten Meeresboden hinab sinkt. Also wandte er sich an die zweite Frau. Ich bin immer zu dir gekommen, wenn ich auf der Suche nach Hilfe war. Und du warst immer da für mich. Wenn ich das Zeitliche segne, wirst du mit mir kommen und mir Gesellschaft leisten? Sorry, aber an dieser Stelle kann ich dir nicht weiterhelfen, sagte sie. Das Höchste, was ich dann noch für dich tun kann, ist, dich zu Grabe zu tragen. Ihre Antwort schlug bei dem König ein wie ein Blitz. Und nun war er völlig verzweifelt. Plötzlich hörte er eine Stimme sagen, Ich werde mit dir leben und dir überall hin folgen, egal, wohin uns dieser Weg auch führen mag. Der König hob seinen Kopf und erblickte seine erste Frau. Sie war zerbrechlich und unterernährt. Ernüchtert und bekümmert stellte der König fest, Ich hätte mich so viel besser um dich kümmern sollen, als ich die Chance dazu hatte. Die Wahrheit ist, wir alle haben vier Ehefrauen in unserem Leben. Unsere vierte Frau ist unser Körper. Egal, wie viel Zeit und Mühe wir auch investieren mögen, ihn zu waschen, herauszuputzen mit teuren Parfums, Kleidern oder Schmuck, damit wir gut aussehen, er wird uns verlassen, wenn wir sterben. Die dritte Frau steht für unsere Besitztümer, unseren Status, die Karriere, unseren Wohlstand. Wenn wir sterben, wird all das einfach woanders hingehen, und einen neuen Besitzer finden. Unsere zweite Ehefrau sind unsere Freunde und Familie. Egal, wie sehr und wie oft sie für uns da waren, das Längste, was sie bei uns bleiben können, ist bis zu dem Moment, in dem sie uns zu Grabe tragen. Die erste Frau ist unsere Seele. Oft übersehen und ungeachtet, weil wir so sehr beschäftigt sind mit unserer Schönheit, unserem Status, unserem Wohlstand, unserer Macht und all den anderen Dingen, von denen unser Ego besessen ist. Wie auch immer, unsere Seele ist das Einzige, was uns folgen wird, wohin auch immer wir gehen mögen. Also nähere, pflege, forme und verehre sie mit jedem Atemzug. Denn sie ist das größte Geschenk für dich und für diese Welt, in der du lebst, welches du in dir trägst. Hallo und herzlich Willkommen zu der letzten Folge der zweiten Staffel Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Willkommen in einer Folge voller guter Geschichten, die dich zum Entspannen und Seele baumeln lassen einbild. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, in aller Herren Länder auf Bergen zu sitzen und Täler anzustarmen. Das ist kein Witz und auch nicht ironisch gemeint. Kennst du das? Du bist irgendwo in den Bergen unterwegs und auf ein paar Metern Höhe machst du eine Pause. Es ist fast ganz still. Dieses Gefühl, dass hier alle Hektik der Stadt vergessen ist. Dieses Gefühl, dass alles hier seinen Platz kennt, ihn einnimmt und sich so zu dieser wunderbaren, friedlichen Szene zusammenfindet. Du setzt dich hin. Du hörst die Vögel zwitschern. Der Wind rauscht im Tal. Die benachbarten Berge und Hügel sind von all den Grüntönen überzogen, die ein Mensch sich vorstellen kann. Hellgrüne Wiesen unter dir, dunkelgrüne Wälder, voll von alten Bäumen, säumen die Hänge und Gipfel in der Ferne. Der Morgentau, ein Überbleibsel aus der letzten, erfrischenden Nacht, macht sich wie ein Nebel auf den Weg zurück zur Sonne und steigt aus ihren Wipfeln auf. Die Berge scheinen zu dampfen. Die Luft hier ist so frisch, so sauber, dass du eigentlich gar nicht anders kannst, als tief einzuatmen und entspannt zu seufzen, wenn du dich für einen Moment hier niederlässt. Es riecht nach Heu, nach Waldboden, nach ländlicher Idylle eben. Und dieser hellblaue Himmel, über den fluffige, weiche, kleine Schäfchenwolken ziehen. Sie spielen mit dem Licht, das in das Tal unter dir fällt. Sie werfen ihre Schatten auf Weizenfelder, in denen der Wind Wellen schlägt und auf leere Wanderwege, während die Sonne ihre Kreise zieht. Von hier aus kannst du den Schattenpunkt jeder noch so kleinen Wolke auf den Wiesen und Feldern unter dir beobachten, denn Sonne und Wölkchen lassen ihre Schatten tanzen, als wäre das ihre leichteste Übung. Und wahrscheinlich ist es das auch. Im Alltag stehst du da unten und spürst das Herannahmen der Wolken, wie es plötzlich etwas kühler und dunkler wird, wenn die Sonne hinter ihnen verschwindet. Hier oben siehst du ihnen zu dabei, ohne davon berührt zu werden. Du siehst, wie winzig ihre Schatten aus dieser Perspektive wirken, wie der warme Lichtteppich der Sonne bis zum Horizont reicht. Und du stellst fest, dass du mit bloßem Auge diesen einen vergleichsweise winzigen, schattigen Fleck erfassen und ihm folgen kannst, wie er sich über Wege, Flüsse, Felder und Wälder Kilometer für Kilometer fortbewegt von hier. Wie viele hundert oder tausend Jahre sieht es wohl schon so aus, wenn man von hier aus da runter schaut? Wie viele Menschen haben genau wie du hier gesessen und gespürt, dass ihr Dasein, ihre Zeit auf diesem alten Planeten nur ein Wimpernschlag in der Zeitrechnung des Universums und der Natur ist, die diesen wunderbaren Ort schon überzogen von Eis und Urwald gesehen hat, lange bevor der erste Mensch seinen Fuß dahin setzte, wo du dich gerade ausrufst. Gut. Du bist also nicht der Erste hier. Und bestimmt auch nicht der Einzige, der Momente wie diesen nutzt, um sich daran zu erinnern, wie unbedeutend und nichtig so manches Alltagsproblem ist, wenn man den Urgewalten so nah ist, wie an diesem wundervollen Tag. Die heutige Folge werde ich drei großen Sehnsüchten widmen, die jedem von uns inneliegen und nach denen wir besonders, besonders wenn's mal stressig wird, manchmal wirklich verzweifelt im Außensuchen, Beständigkeit, Stabilität und Geborgenheit. und Geborgenheit. Etwas, was uns Menschen großes Wohlbefinden verschafft, ist die Synchronicität. Wir mögen Choreografien und empfinden sie als etwas sehr Ästhetisches. Wir fühlen uns so verbunden mit denen, die offenbar das Gleiche denken wie wir und es in genau dem gleichen Moment aussprechen, indem wir das tun. Wir synchronisieren alle möglichen Geräte miteinander, damit sie sich aufeinander abstimmen und Informationen teilen können, denn so können wir sicher sein, dass alles reibungslos funktioniert. Synchronicität vermittelt uns Sicherheit. Es gibt einen Plan, eine Orientierung, informationstechnisch einen Stand. Ja, das mögen wir. Und nicht nur wir stehen auf alles, was synchron läuft. Ah ah. Auch die Natur, die Schöpfung, synchronisiert sich gerne. Heute wissen wir, dass es ein Phänomen gibt, das in allen Naturwissenschaften beobachtet, aber nicht immer vollständig erklärt werden kann. Und das heißt Entrainment. Entrainment ist, vereinfacht erklärt, das natürliche, automatische sich Anpassen eines Rhythmus an einen anderen. Zum Beispiel, wenn nach einigen Wochen die Uhren eines Uhrengeschäftes alle im gleichen Rhythmus ticken oder wenn sich der Herzschlag eines Babys an den der Mutter anpasst. Vor kurzem habe ich sogar einen Zeitungsartikel gelesen, in dem von einem Musikstück berichtet wurde, dass Wissenschaftler auf Basis ihrer Entrainment-Erkenntnisse entwickelt haben und das entspannt auf das menschliche Herz-Kreislauf-System einwirkt, sodass der Hörer zur Ruhe kommt. Denn sein Herzschlag und seine Durchblutung orientieren sich am langsamer werdenden Rhythmus dieses Lieds. Alle Lebewesen sind sensibilisiert für natürliche Rhythmen. Denn Rhythmus gibt dem Leben Orientierung und vermittelt eben diese Art Sicherheit, auf die wir uns einlassen und blind vertrauen können, ohne aus dem Takt zu kommen. Und manchmal helfen sie uns sogar, die Orientierung oder den Takt wiederzufinden, wenn unser Körper und unser Geist sie verloren haben. und wo wir gerade schon bei Connections sind, ein weiteres Phänomen, was den meisten auch nicht geläufig ist, ist die ausgefeilte Kommunikation von Lebewesen untereinander. Es gibt sehr viele Pflanzen, die echt schlau sind. Tabakpflanzen zum Beispiel schütten mehr Nikotin aus, wenn sie merken, dass sie angeknabbert werden. Der Fressfeind wird hei davon und muss ablassen. Nur einer, ein ganz spezieller Fressfeind stört sich nicht daran, denn der mag Nikotin sehr, sehr gerne. Mh, lecker! Wenn diese Raupe an der Tabakpflanze nagt, sabbert sie natürlich auch ein bisschen dabei. Und die Tabakpflanze erkennt die Sabber. Sie erkennt die Sabber dieser speziellen Raupe und hört sofort auf, mehr und mehr Nikotin in ihre Blätter zu pumpen, denn das bringt ja nichts. Und sie weiß, dass diese besondere Raupe auch Fressfeinde hat. Also fängt sie an, spezielle Duftstoffe auszustoßen, die genau diese Fressfeinde anlockt. Der Feind der Raupe weiß jetzt Bescheid und schaut vorbei, verschlingt die Raupe und wird also zum Freund und gern gesehenen Gast der Tabakpflanze. Es gibt viele Fressfeinde, wirklich sehr, sehr viele Pflanzen, die Stoffe in ihre Blätter leiten, die diese dann ungenießbar machen für die Kuh oder das Reh oder was auch immer da gerade an ihr frisst. Aber nicht nur das. Sie informiert auch ihre Nachbarn, die dann vorsichtshalber auch diese unappetitlichen Stoffe in ihre Blätter senden, obwohl der Vierbeiner doch noch gar nicht angefangen hat, an ihn zu fressen. Sie haben keine Augen oder Ohren und wissen trotzdem, dass das Reh da ist. So wie wir Menschen, Tiere und Pflanzen um uns herum wahrnehmen, nehmen also auch sie ihre Umgebung wahr und reagieren sogar darauf. Und das ist etwas, was uns im menschlichen Alltagstrott so ziemlich verloren gegangen ist. Das Bewusstsein, dass alles lebt und seien es noch so kleine Mikroben, kommuniziert und auf die eine oder andere Weise miteinander in Verbindung steht. Und naja, auf unserer guten alten Erde lebt eigentlich fast alles, wenn auch in seiner eigenen speziellen Daseinsform und Geschwindigkeit. Lebensformen nehmen sich also gegenseitig wahr, selbst wenn sie nicht der gleichen Familie angehören. Wenn auf dem Weg neben dir eine Ameise läuft, siehst du sie vielleicht nicht mal, aber sie weiß, dass du da bist. Wenn du einen Wald betrittst, in dem ein Fuchs unter irgendeinem Busch sitzt, weiß er wahrscheinlich schon, dass du da bist, lange bevor du überhaupt den Busch entdeckst, unter dem er hockt. Es mag uns nicht bewusst sein, weil wir immerzu mit anderen Dingen beschäftigt sind, aber alles, uns selbst eingeschlossen, ist miteinander verbunden und kann sich wahrnehmen und auf gewisse Weise miteinander in Verbindung treten. Und irgendwie ergibt es ja auch Sinn. Immerhin sind wir und alles, was es gibt in diesem Universum, das Ergebnis einer riesigen Explosion, die vor mehr als 15 Milliarden Jahren stattgefunden hat. Erst war da nix und dann peng wurde es heiß und Staub wirbelte durch die Gegend. Alles, was es gibt, alles hat seinen Ursprung in dieser Staubwolke. Alles hat diese eine Wurzel. Du und ich und der Fuchs unter dem Busch und natürlich auch der Busch selbst. So, und wer auch immer dahinter steckt, der Zufall, Gott, das Universum oder alle drei oder keiner von denen, wer auch immer sich all das ausgedacht hat, war ein verdammt faule Halunke, wenn du mich fragst. Denn er hat einfach eine Basis hingerotzt, aus der sich immer wieder in sich geschlossene Systeme entwickelt haben, die mit den verschiedensten Fähigkeiten ausgestattet sind, damit sie sich aus sich selbst heraus weiterentwickeln und, wenn nötig, auch heilen können. Unsere Erde zum Beispiel. oder du oder der Busch. Und dann, um auf Nummer sicher sicher zu gehen, hat er oder sie allem, was existiert, auch noch die Möglichkeit mitgegeben, sich zu verbinden und auszutauschen, falls die eigene Kraft für die Heilung oder die Entwicklung mal nicht ausreicht. Naja, oder falls einer in diesem hingerotzten Haufen voller Existenzen mal den Takt verliert. Und so hat, wer auch immer sich das ausgedacht hat, eigentlich keine Arbeit mehr. Denn seitdem läuft und entwickelt sich alles von selbst. Da das Universum geschlossene Systeme erschafft, bist du also als Erwachsener eigentlich ziemlich safe und entsprechend vorbereitet auf dieses Leben. Die Natur hat dir alles mitgegeben, was du brauchst, um Energie in dir entstehen zu lassen und zu tun, was gut für dich ist. Und wenn du es doch mal vergessen hast, wie das geht und alles hoffnungslos erscheint, hast du immer noch die Möglichkeit, dich mit dem großen Ganzen zu verbinden und den Rhythmus wiederzufinden. Dich zu synchronisieren sozusagen. Und das ist heute nötiger denn je, weil die Zeit in den letzten 120 Jahren so gerast ist, dass unser Körper und Geist sich nicht schnell genug anpassen konnten. Sie brauchen in dieser modernen Zeit die Chance, sich mit der Natur und dem Rest der Welt zu verbinden, mehr als je zuvor. Denn die Evolution geht so langsam. Plötzlich waren sie umgeben von völlig neuen, künstlich erzeugten Rhythmen wie Deadlines und Fahrplänen, für die sie so schnell keine gesunde Verarbeitungstaktik finden konnten. 120 Jahre Das ist gerade mal so viel wie ein echt langes Menschenleben. Stell dir das nur mal vor. Vor 130 Jahren haben wir noch in die Rindsteine oder mit Ochsen die Felder beackert und plötzlich BABÄM 2018 Smartphones, Autos, Flugzeuge, Internet, elektrisches Licht, überall. Hör auf, hör auf, hör auf. Wie viele Jahrzehnte tippst du jetzt schon SMS? Und trotzdem hast du noch keinen extra Finger an deiner Hand ausgebildet, um schneller schreiben zu können? Und so geht es auch Körper und Geist und nicht nur das. Zu allem Übel sind sie so viel beschäftigt in dieser Welt voller künstlicher menschengemachte Rhythmen, dass sie oft nicht mal mehr ihren eigenen Rhythmus, den sie ja immer in sich tragen, hören können. Ist das nicht schade? Theoretisch könntest du am Geschmack erkennen, welche Pflanzen giftig für dich sind, wo die nächste Wasserquelle ist und was dir fehlt, um gesund zu sein und vor Energie zu strotzen. Das Universum hat uns für ein Leben in ihm perfekt programmiert. Aber all diese Fähigkeiten unser Instinkt verkümmern und unsere Sehnsucht nach Verbindung und Synchronicität drückt sich in immer vielfältigeren technischen Möglichkeiten aus. Du kannst also dein iPhone mit deinem Laptop und deiner Anlage und deinem Toaster und deiner Lichterkette am Weihnachtsbaum synchronisieren. Aber wie synchronisierst du dich mit dem Beat des Universums, der Natur, dem hingerotzten Sternenstaubhaufen, aus dem wir alle kommen? Wie schaffst du es, dass Körper und Geist sich beruhigen, wie der Herzschlag eines Babys auf der mütterlichen Brust? Eigentlich und zum Glück ist es recht einfach. Tritt bewusst in Kontakt mit anderem Leben, das nicht menschlich ist. Versteh mich nicht falsch, Kontakt zu anderen, lieben Menschen ist super. Aber sie sind genau wie du hin und wieder unbeständig. Wenn du auf der Suche bist nach etwas, mit dem du dich jederzeit synchronisieren kannst, weil es immer da ist, wenn du etwas suchst, was so beständig wie möglich ist und sich deshalb fürs Entrainment eignet, damit du in dir das Gefühl der Stabilität, des Gesammeltseins und der Geborgenheit zurückholen kannst, dann such dir einen Ort in der näheren Umgebung deines Hauses. Einen Ort, von dem aus du einen etwas weiteren Blick auf die anderen natürlichen Lebensformen wie Pflanzen oder Tiere hast. Wie oft fühlen sich Momente und große Ereignisse oder Veränderungen so an, als ob nichts mehr so sein wird, wie es war, dass alles im ewigen Chaos verharren wird. Dieser eine, speziell von dir gewählte Ort wird immer für dich da sein. Er wird sein Aussehen nur den Jahreszeiten entsprechend ändern, aber ansonsten immer genau so auf dich warten, wie du ihn kennst und wie er dir vertraut ist. Dort werden Körper und Geist loslassen und abschalten können. Dort wirst du, während du die Natur beobachtest, durchatmest und auf all das Leben um dich herum schaust, das wahrscheinlich auch gerade spürt, dass du da sitzt, deinen Rhythmus wieder ins Lot bringen können. Also, schau dich um. Alles ist in diesem Moment bei dir und einiges davon fühlt vielleicht sogar mit dir und teilt deine Angst, deine Traurigkeit und hält sie hier und jetzt mit dir aus. Wenn du weißt, wo du diese Art der Beständigkeit finden kannst, wenn du sie in dir mal nicht findest, hast du nicht nur unabhängige Geborgenheit und deinen Platz im Universum wieder gefunden, sondern du kennst nun auch den großen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsam Sein. Zum Thema Alleinsein und sich isolieren komme ich übrigens auf Wunsch vieler Hörer in der dritten Staffel noch mal zu sprechen. Jetzt geht's erst mal weiter mit dem Mantra der Woche. Das ganze Universum ist erfüllt von Leben und ist immer bei mir. Hier noch drei Fun Facts. Erstens Ängste entstehen aus einem Gefühl von Disconnection, also Trennung, dem nicht verbunden, dem nicht aufgehoben sein, vor allem in dieser neuen, schnelllebigen Zeit. Zweitens, es ist psychologisch erwiesen, dass allein das Wissen, dass es theoretisch eine konkrete Möglichkeit gäbe, dem Stress jederzeit zu entfliehen, ausreichend ist, um das durchschnittliche Stresslevel des Menschen zu reduzieren. Letzter Fun Infekt? Patienten, die im Krankenhaus ein Bett mit Fenster und Blick auf Bäume haben, brauchen statistisch gesehen geringere Dosen Schmerzmittel als die Vergleichsgruppe ohne Fenster zum Grün. Auch haben sie weniger Komplikationen und werden früher entlassen. Achte also darauf, dich regelmäßig mit der Natur und allem, was lebt, zu synchronisieren, ihren Rhythmus zu suchen, damit Körper und Geist all die unbewussten Informationen erhalten, die sie brauchen, um im Takt zu bleiben oder ihn wieder zu finden. Mach dir bewusst, dass es vor allem in der Natur überall Leben gibt, das dich spürt und das mit dir fühlt. Die neue Staffel Burnout von der Leichtigkeit des Seins startet am 14. Februar 2019. Bis dahin gibt es aber wieder die Winterpausen Minifolgen. Wir hören uns also trotzdem in zwei Wochen schon wieder. Wie zur Sommerpause gibt es natürlich auch diesmal wieder ein kleines Dankeschön für alle Hörer in Form einer handgeschriebenen Kühlschrankliste, auf der die zehn Mantren dieser Staffel und ein Minivermerk von mir stehen, damit du das Wichtigste, was du in dieser Staffel gelernt hast, nicht aus den Augen verlierst und neben die Einkaufsliste und den Stundenplan deiner Kinder hängen kannst. Ich verschicke sie mit dem Newsletter am Donnerstag in zwei Wochen. Falls du dich also noch nicht für meinen Newsletter angemeldet hast, solltest du das jetzt nachholen auf meiner Webseite www.burnout-coaching-berlin.de Oder, ein bisschen einfacher, du klickst jetzt auf den Link im Beschreibungstext dieser Folge und kommst direkt auf das Formular, für das du auch nichts weiter brauchst als deinen Vornamen und deine E-Mail-Adresse. Genieß die besinnliche Weihnachtszeit und deine Pause zwischen den Jahren. und rutsch mit viel Krach und Radau gut ins Jahr 2019. Deine Susi Deine Susi Deine Susi